now who would bother to write that crap I feel like the universe is taunting me everywhere I go today it all started with that bizarro dreaming class am I going crazy I'm good to flow thanks this poster must drive people to have sex you can't live without sex and learn the time is on your side I remember when someone punked the alarm last month at least I got out of science class for that quiz just relax stop torturing yourself you have a gift oh when the door closes a window opens or something like that okay girl you don't get a photo op like this every day ein Schameterling ganz langsam ansehen whoa where did that butterfly come from it doesn't look like any kind I've ever seen before the blue wings are practically glowing I can almost feel the air moving around me the butterfly feels almost like a spirit hmm hmm fast is this is a so was Das ist gut, Nathan. Nicht zu stress. Du bist okay, Mann. Nur auf drei. Keine Angst. Du gehst diese Schule. Wenn ich es will, kann ich es aufbauen. Du bist der Boss. Also, was du willst? Ich hoffe, du hast den Perimeter gesehen, wie mein Step-Ass gesagt. Jetzt, wir sprechen Business. Ich habe nichts für dich. Das ist falsch. Du hast du hella Geld. Das ist meine Familie, nicht ich. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. Ich weiß, du hast die Brüge und schweig mit Kindern hierherbekommen. Ich hoffe, deine Familie in der Liebe würde mich helfen, wenn ich sie mit ihnen helfen würde. Mann, ich kann sehen, die Hörbeinungen jetzt. Geh sie aus dieser B***h! Ich kann sagen, dass alle, Nathan Prescott ist ein Punk-Aß, der begs, wie eine kleine Mädchen, und spricht mit ihm. Du wirst nicht wissen, wer ich bin, oder wer du bist mit. Wo hast du das gemacht? Was machst du? Komm, mach das Ding her. Don't ever tell me, was ich tun. Ich bin so sick von Leuten, die versuchen, zu kontrollieren mich. Du wirst in hellen mehr Probleme für das, als die Brüge. Nobody would ever even miss your Punk-Aß, would they? Get that gun away from me, Psycho! No! What the fuck? What the fuck? How? Oh, wie kann das sein? Wie kann das sein? Oh, shit! Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller, Diane! Can I actually reverse time? How do you go, Victoria? Why Arvis? Why Arvis? Because of her image of time? Why Arvis? Why Arvis? Why Arvis? I have the same stupid picture. Why Arvis? Machen wir noch mal ein Selfie. Ich weiß, dass ich das nicht träume. Es ist real. Ich kann es sagen. So ich kann zurück in Zeit zurück. Was, wenn die Frau noch nicht tot ist? Kann ich sie? Ich muss schnell nach dem Bett gehen und schauen es. Jetzt, Max, seitdem du unsere Interesse hast und sicherlich willst du mit der Gespräche, kannst du, bitte, erzählen uns den Namen des Prozess, die die ersten Selfie-Porträtten gegründet haben? Oh shit. Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gives portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Hm. Drehen wir nochmal zurück. Okay. 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 Well, Max. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Hm. The Deguerian process. Invented by a French painter named Louise Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Deguerian process made portraiture hugely popular. Mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you actually finish reading these. Wow, sir. My old broken camera is new again. Ahead of Evan. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kick start a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Kate probably wouldn't laugh at me, but how can I ask her about what's going on? Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, um, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just dripping. Too much stress. I know the feeling. Hannah, his love. What's going on? I have to go. Too much happening right now. Sure. Sorry, Kate. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I wish I could go talk to Mr. Jefferson about what's going on. But I can't. I had my moment in the camera. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Uh, yeah. I'm not sure I have one. Given yourself the output, I'm sure you must have about a thousand pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Okay. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Never let one of photography... I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Okay. Danke schön. Ich muss jetzt aber los. Ich muss jetzt wirklich los. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich los. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss jetzt都是 Töne, aber ich muss jetzt ein kleines Mal. Ich glaube, ich war schluss. Ich weiß nicht, dass ich warte. Ich war schluss. Wenn ich warte. Und in die Toilette. Und ich habe eine Fotos gemacht. Geh sie weg von diesem Mann! Ich kann alle sagen, dass Nathan Prescott ein Punk ist, wie eine kleine Mädchen und sich mit ihm zu sprechen. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du bist. Wo hast du das gemacht? Was machst du? Komm her! Komm her! Ich brauche ein Hammer, um es zu öffnen. Die Leute versuchen, mich zu kontrollieren! Du wirst du in hellen mehr Probleme für das, was du wirst. Hammer! 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 Nimm ihn! Bewegen! 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 Hä? Warum? Achso, wir haben den schon. Okay. Was? Sieh! Ich hab noch niemals wieder so gefangen, freerich! Einmal ein verdammter Tag! Das hat nicht passiert. Das kann nicht wirklich sein. Ich habe gerade gesehen, dass eine Mädchen gebetet hat und dann erlose. Was ist denn vor? Was? Flipp nicht aus. Hey! Hörst du den Feuer alarm? Das bedeutet, dass du außerhalb müsstest. Ich musste das Wasser benutzen. Die Mädchen benutzen immer diese Entschuldigung. Entschuldigung für was? Für was, was du da bist. Dein Gesicht ist in Gefahr. Der Alarm tritt mich aus. Dann tritt dich aus hier, Missy. Oder hast du etwas hiding? Ha? Danke, Mr. Madsen. Die Situation ist unter Kontrollen. Es gibt keine Umstände hier. Lass Miss Caulfield alleine und bitte das Alarm, denn das ist dein Job. Hm. Es scheint, als ob es uns nicht mag. Ja. Hm. Du siehst ein bisschen stresst. Bist du okay? Ich bin... Ich bin... Ich bin... ...ein bisschen über mein... ...Future. Du schweigst Pinballe. Ist das alles, was du denkst? Du kannst immer mit mir am Fronten sein, Max. Oder hast du etwas falsch gemacht? Ist das alles? Well, Max? Talk to me. Nelven melden. Die Wahrheit verbergen. Die Wahrheit verbergen. Oh, Leute, Leute, Leute. Das ist ja richtig schwer jetzt. Ist ja richtig wies. Die Wahrheit verbergen. Ähm... Würde ich nicht machen. Also... Boah, Alter, wenn ich in der Situation wäre, ne? Oh, Alter. Die Wahrheit verbergen. Ich will ja... Ähm... Ich will ja schon eigentlich, dass er drankommt. Nur dann sind wir halt wieder am Arsch, weißt du? Dass wir dann... Äh, die hat gepitzt, die hat gepitzt. So. Und wenn wir die Wahrheit nicht sagen, dann macht er weiter. Und vielleicht passiert ja dann wieder was. Aber damit sind wir nicht dabei. Und das ist die Scheiße. Oh, mein Gott, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen... Wir melden ihn. Also... Das wäre das einzig... Einzigste Richtige. Wofür ich mich entscheiden würde. Ich denke, das mache ich auch. Machen wir. Ich sah gerade Nathan Prescott, einen Schraub anrufen. In der Mädelsruppe. Nathan Prescott? Bist du sicher? Ja. Ja. Er war in der Bäckung, mit einem Schraub anrufen. Ich sah alles. Er war schweig wie verrückt. Okay, schlau dich. Schlau dich. Schlau dich. So, jetzt hast du das gesehen, ohne ihn zu sehen. Ich schaufte hinter einem Stahl. Ich habe das Recht, da zu sein. Es ist die Mädelsruppe. Ich weiß, ich weiß. Ich möchte einfach komplett klar sein, was passiert. Herr Prescott ist von der Stadt der größte Familie. Und einer von Blackwells der größte Studenten von Blackwells. Also, es ist schwer für mich, ihn zu sehen, um ein Weapon in der Mädelsruppe. Also, was passiert dann? Dann... Dann hat er verlassen. Ich bin hier raus, wundere, was zu tun. Du wirst ihn? Das ist... eine sehr wichtige Aufgabe. Ich schaue das Thema persönlich. Danke für mich, für mich zu meine Augen. Das ist es? Nach dem, was ich gesagt habe? Wir werden diese Diskussion später, in meinem Büro. Bitte, nach vorne mit dem resten Ihrer Klasse, Frau Caulfield. Natürlich, dieser Akademische Drone wird nichts machen, von der Prescott-Familie hat Blackwells jetzt. Kann ich mich verhindern und meine Geschichte ändern? Kannst du nicht mehr ändern? Oh Leute. Nee. Ich würde sagen, wir lassen das so. Ich würde sagen, wir lassen das so. Das ist... Das ist wirklich die einzigste richtige Entscheidung, die man machen kann. Auch wenn es auch ein bisschen scheiße ist, aber ich denke, dass es die richtige war. Ich hoffe es. Also, so würde ich es machen, wenn ich jetzt zum Beispiel anstelle von Max wäre. Ich würde es wirklich so machen. Oh, wir sind jetzt endlich mal outside. Gucken, was uns hier erwartet. Was ist eigentlich mit ihr passiert? Das möchte ich auch gerne wissen. Vermisst. Ich wundere. Vermisst seit... Das hatten wir ja alle schon. Kann so sein, dass sie aber viele nicht mögen. Hm. Miss Grant. Miss Grant die Sicherheitskameras dass die Sicherheitskameras überall auf der Campus legen. Halls, Klasse, Gym, Dorms, etc. Blackwell Academy sollte eine Highschool sein, nicht eine High-Security-Penitentiary. Das hätte Rachel helfen können. Das hätte Rachel helfen können. so ist es noch nicht so. Ou ist es noch eine Menge? Damit ich nicht mehr... Also, das heißt jetzt, er möchte die Kameras anbringen. Wenn wir unterschreiben, sind wir dagegen. Und wenn wir nicht unterschreiben, sind wir dafür. Ja, ich verstehe, wie Max schon gesagt hat, beide Seiten. Eine Seite, ja, kann hilflich sein, aber ist auch wieder scheiße, weil, ne, Überwachung und so, Privatsphäre und so, und das soll ja auch nicht unbedingt sein in der Schule, weil du sollst ja auch da deinen Spaß haben. Ich glaube, ich werde nicht unterschreiben, also dass die angebracht werden. Oder wie war das? Lass uns mal überlegen. Ich glaube, ich tue unterschreiben. Also, wir haben es jetzt unterschrieben. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Kameras, ich weiß nicht. Was passiert denn? Was passiert, wenn wir es jetzt nicht unterschreiben? Ich bin ja nicht komplett für... Hi, Miss Grant. Entschuldigung. Sicher? Sure, ich... David Madsen... David Madsen... Da könnten wir... Da könnten wir ihn eigentlich immer ansprechen. Das passiert, wenn wir ihn nicht mal drauf ansprechen. David Madsen braucht nicht eine andere Entschuldigung, um die Studenten hier zu verhörten. Max, das ist nicht um Persönlichkeiten. Das ist um die Zivilrechte zu beschreiben und unsere Schule der Freiheit. Blackwell Academy hat ein nobeles Herzen. Von den Native-Amerikern, die dieses Land gegründet haben, zu den Pionieren, die... Ist das so alt? Blackwell ist that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Hmm. Will ich jetzt mal nicht unterschreiben. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Ach so, jetzt sind wir für die Kameras. Ich unterschreibe. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ich unterschreibe jetzt, Leute. Wir machen ganz schnell. Hi, Miss Grant. Ja, 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 ja. David. Könnten wir auch nochmal das dritte machen, das ist verrückt. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but Kameras in the dorm rooms. It's a slippery slope. And it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heaven. Hmm. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1980? 1884. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. So, we have to read Warren's text before he blows my phone up. So, wie können wir... Also... Okay, wir haben neue Nachrichten. Hi Max, kannst du mein Stück mitbringen? Brauch Info und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran. Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Hm, das schreibt ja ganz schön viel, ne? Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede. Nicht zu lernen. Bitte. Sieh dir auf jeden Fall Nick Romantic auf meinem Stück an. Mwahaha. Max, Mad Max. Lass uns Kram in die Luft jagen. Mad Max ist ja ein geiler Name. Moment, ich muss für einen Physiktest büffeln. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ich ignoriere diese Nachricht nicht. Okay. Was haben wir denn vom Daily? Dein 18er Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen. Aber immer noch. Unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Tja. Das haben wir, glaube ich, alles schon mal gehabt. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer. Alles klar. Möchtest du später Tee trinken? Absolut. Ich habe ab vier Zeit. Bis dann. Mama. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bist. Bei uns Biest. So. Ich gehe besser in mein Dorm und die Flashtreife holen. So. Wir sollen eine Flashtreife holen. Drücke Tab, um Tagebuch zu öffnen. Okay. Da haben wir jetzt, ähm, Ziel. Ich muss nur einen USB-Stick auf mein Zimmer holen. Wir haben jetzt unsere Seiten. Wo werden wir unser Bubba flyen? So. Das sind ja wahrscheinlich die Neuen, ne? Jetzt. Da gibt es richtig viel zu lesen, ne? Leute, 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 Leute. Ich fühle mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen. Und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Brascord rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und steckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus. Als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden. Bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. So Leute, ich würde aber sagen, wir lesen beim nächsten Part weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und schalte das nächste Mal wieder ein, Leute. Also bis dann, euer Flo. Ciao.